Die Hunderasse Irish Terrier wurde einst als der Wächter des armen Mannes, der Freund des Landwirtes und der Liebling des Gentleman beschrieben. Die robusten und stämmigen Hunde haben die Vorteile einer handlichen Größe. Sie haben zudem vielseitige Fähigkeiten als Begleiter, als Wachhunde oder auch als Ungeziefervertreiber sowie eine hohe Ausbildungsfähigkeit. Irish Terrier sind sehr anhänglich gegenüber den Menschen in ihrem Leben. Sie ziehen es gerne vor, das einzige Haustier im Haus zu sein. Eine frühzeitige Sozialisierung kann ihnen helfen, mit anderen Hunden und Haustieren warm zu werden. Diese Rasse hat viel Energie und braucht viel Bewegung. Wer in einer Wohnung wohnt oder das Haus für längere Zeit verlassen muss, hat es möglicherweise schwer, die körperlichen Bedürfnisse des Irish Terriers zu erfüllen. Aber wenn sie ihm viel Aufmerksamkeit, Geduld und Bewegungsfreiheit bieten können, werden sie einen liebevollen Begleiter haben. Interessante Fakten über diese Rasse Das Motto des Irish Terriers lautet »Keine Angst«. Dieser mittelgroße, wendige Hund mit dem Spitznamen Daredevil hat ein dichtes, drahtiges rotes Fell und eine gehörige Portion Mut. Er ist lebhaft und loyal, immer auf der Hut und bereit, es mit allem aufzunehmen, was ihm in den Weg kommt und seine Menschen und sein Zuhause bedroht. Mit dieser robusten Terrier-Haltung geht jedoch die Notwendigkeit einher, ihn von klein auf zu trainieren und zu sozialisieren. Irish Terriers sind äußerst intelligent und lernen leicht. Aber bei der Ausbildung muss ihr unabhängiger, eigensinniger Geist berücksichtigt werden. Wenn es ihnen gelingt, den Hund davon zu überzeugen, dass das Training seine Sache ist, werden sie einen glücklichen Mitarbeiter bekommen, der alle Ziele, die sie ihm gesetzt haben, erreicht oder sogar übertrifft. Dem steht ein rücksichtsloser Geist gegenüber, der blind für Konsequenzen sein kann. S Irish Terriers sind wunderbare Wachhunde, die ihre Besitzer durch ihr Bellen vor allem neuen warnen. Manche Hunde werden zu exzessiven Kläffern, wenn ihr Verhalten nicht von Anfang an kontrolliert wird. Wenn sie sich bei ihrem Hund für die Warnung bedanken und ihn dann mit einem anderen Kommando oder Spiel ablenken, können sie sicherstellen, dass ihr Hund lernt, sein Bellen zu kontrollieren. Irish Terriers sind ausgezeichnete Begleithunde, wenn sie früh sozialisiert werden, und das macht sie zu wunderbaren Familienbegleitern. Sie sind am besten für Familien geeignet, in denen tagsüber jemand zu Hause ist. Im Haus sind sie nicht übermäßig aktiv und entspannen sich gerne mit ihren Menschen, aber sie brauchen Bewegung in Form von Spaziergängen und gelegentlichem Toben in einem sicher eingezäunten Bereich. Der Irish Terrier verfügt über ausgezeichnete Jagdfähigkeiten und einen ausgeprägten Drang, Ungeziefer aufzuspüren und zu vertilgen, daher sind ein eingezäunter Hof und angeleinte Spaziergänge für seine Sicherheit unerlässlich. Er jagt schnell bewegten Objekten hinterher, ohne darauf zu achten, wohin die Jagd ihn führt. Irish Terrier lieben Kinder und sind großartige Spielkameraden, besonders wenn sie mit ihnen zusammen aufwachsen. Achten sie darauf, dass sehr kleine Kinder stets beaufsichtigt werden, um Verletzungen sowohl des Hundes als auch des Kindes zu vermeiden. Irish Terrier können lernen, mit Katzen auszukommen, wenn sie von Welpenalter an mit ihnen zusammen aufwachsen, aber sie sind möglicherweise nicht vertrauenswürdig, wenn es um kleinere Haustiere geht, insbesondere um Tiere aus der Familie der Nagetiere wie Mäuse, Ratten, Hamster und Rennmäuse. Ihr Terrier-Instinkt, diese Art von Tieren zu jagen, kann zu stark sein, um ihn zu überwinden. Diese Rasse verträgt sich nicht gut mit anderen Hunden. Irish Terrier können gegenüber gleichgeschlechtlichen Hunden aggressiv sein, und sie schrecken vor keiner Herausforderung zurück. Sie kämpfen bis zu dem Punkt, an dem sie sich selbst oder den anderen Hund ernsthaft verletzen. Da sie furchtlos sind, nehmen sie es mit Hunden auf, die viel größer sind als sie selbst, ohne an die Folgen zu denken. Achten sie darauf, dass ihr Hund an der Leine geführt wird und sie jederzeit die Kontrolle über ihn haben, wenn andere Hunde in der Nähe sind. Mit seiner Schnelligkeit, Ausdauer und Anmut ist der Irish Terrier ein hervorragender Wettkämpfer, der die Herausforderung des Agility Rings liebt. Mit seinem weichen Maul und seiner Vorliebe für Wasser ist er ein fähiger Jagdhund, der Wildvögel an Land oder im Wasser apportieren kann. Irish Terrier sind auch ausgezeichnete Ausstellungshunde. Geschichte Der Irish Terrier ist wahrscheinlich eine der ältesten Terrier-Rassen und hat möglicherweise den heute ausgestorbenen Black Intent Terrier und einen größeren weizenfarbenen Terrier zu seinen Vorfahren. Er tauchte als anerkannte Rasse etwa 1875 auf, und zwar ausgerechnet auf einer Hundeausstellung in Glasgow, Schottland. Bis 1879 brachten zwei Irish Terrier, Champion Aaron und Kilnayboy, zahlreiche Champions hervor und gelten als Grundstein der Rasse. Die 1880er Jahre waren ein erfolgreiches Jahrzehnt für den Irish Terrier. In dieser Zeit waren sie die viertbeliebteste Rasse in Großbritannien. Sie waren auch der Auslöser für eine Kontroverse, die zu einer grundlegenden Veränderung des Aussehens der britischen Hunde führte. Bis dahin war es üblich, die Ohren von Terrier und einigen anderen Rassen zu kopieren. Doch 1889 verlangte der Irish Terrier Club, dass alle Hunde, die nach einem bestimmten Datum in diesem Jahr geboren wurden, unkopierte Ohren haben mussten, wenn sie nach den Regeln des Kennel Clubs ausgestellt werden sollten. Dies führte zu einem großen Aufschrei, sorgte aber schließlich dafür, dass das Kopieren der Ohren für alle Rassen in Großbritannien verboten wurde. Persönlichkeit und Charakterzüge Der Irish Terrier wurde als Begleithund, Wachhund und Jagdhund geschaffen. Als solcher ist er gutmütig, temperamentvoll, wachsam und anpassungsfähig. Er ist auch mutig, rücksichtslos, neugierig und anhänglich. Das klingt alles wunderbar und ist es auch, aber es ist nicht immer leicht, mit diesen Eigenschaften zu leben. Er ist ein unabhängiger, kluger, willensstarker Hund, der mit anderen Hunden nur schwer zurechtkommt. Er braucht geistige Herausforderungen in Form von Training und Spiel, körperliche Betätigung und liebevolle, aber strenge Disziplin. Das Positive daran ist, dass Irish Terrier Menschen lieben und Fremden gegenüber oft freundlich sind. Sie sind keine Einpersonenhunde. Das Temperament wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter Vererbung, Ausbildung und Sozialisierung. Welpen mit einem angenehmen Temperament sind neugierig und verspielt, gehen gerne auf Menschen zu und lassen sich von ihnen halten. Entscheiden Sie sich für einen Welpen aus der Mitte der Gesellschaft, nicht für den, der seine Wurfgeschwister verprügelt oder sich in der Ecke versteckt. Treffen Sie sich immer mit mindestens einem der Elterntiere, In der Regel ist die Mutter diejenige, die zur Verfügung steht, um sicherzustellen, dass sie ein angenehmes Temperament haben, mit dem sie sich wohl fühlen. Ein Treffen mit Geschwistern oder anderen Verwandten der Elterntiere ist ebenfalls hilfreich, um einschätzen zu können, wie ein Welpe sein wird, wenn er erwachsen ist. Wie jeder Hund braucht auch ein Irish Terrier in jungen Jahren eine frühe Sozialisierung, das heißt er muss mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr Irish Terrier-Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Die Teilnahme an einer Welpenschule ist ein guter Anfang. Wenn Sie regelmäßig Besucher einladen und mit ihm in belebte Parks, in Geschäfte, in denen Hunde erlaubt sind, und auf Spaziergänge gehen, um Nachbarn kennenzulernen, können sie seine sozialen Fähigkeiten ebenfalls verbessern. Haltung Einige Irish Terrier sind eingefleischte Entfesselungskünstler. Daher sollte der Zaun höher sein, als man es für einen Hund dieser Größe für nötig hält. Wie alle Terrier graben auch Irish Terrier gerne. Somit sollte auch der Boden ihres Zauns ausbruchsicher sein. Möglicherweise müssen Sie ihn einbetonieren oder den Boden mit Maschendraht auskleiden. Noch wichtiger ist, dass der Zaun verhindert, dass andere Hunde auf ihr Grundstück kommen und sich mit ihrem Irish Terrier beißt. Der energiegeladene Irish Terrier braucht mäßige Bewegung. Geben Sie ihm zwei oder drei Spaziergänge von 20 bis 30 Minuten pro Tag. Eine Gelegenheit zum Toben in einem sicher eingezäunten Bereich ist ebenfalls willkommen. Er ist kein echter Laufhund, aber er ist ein guter Begleiter für Jogger, die ein leichtes bis mäßiges Tempo gehen. Er ist weder ein Langstreckenläufer noch ein schneller Hund. Konditionieren Sie ihn allmählich und warten Sie, bis er ausgewachsen ist, bevor Sie mit ihm joggen gehen. Wenn Sie seine Neigung zum Bellen in den Griff bekommen, kann ein Irish Terrier in einer Wohnung genauso gut leben wie in einem Haus. Er sollte in einem Haus mit seinen Menschen leben. Wenn er ausreichend Bewegung bekommt, ist er ein ruhiger, höflicher Hausgenosse. Lässt man ihn allein im Garten ohne Gesellschaft oder Beschäftigung, wird er diesen wahrscheinlich mit einer Reihe von Löchern verschandeln. Ob als Welpe oder als erwachsener Hund, der Irish Terrier ist verspielt, aber seine Vorstellung von Spiel kann gegenüber ihre Vorstellung unterschiedlich sein. Es macht ihm Spaß, Zeitschriften oder andere Papiere zu zerkleinern, den Müll oder den Wäschekorb umzuwerfen, den Küchentisch oder den Esszimmertisch nach Fressbarem zu durchsuchen. Er findet einen Weg dorthin und natürlich jedes vorbeifahrende Auto, jeden Hund und jeden Radfahrer anzubellen. Sichern Sie Ihr Zuhause hundesicher ab. Bringen Sie ihm bei, was akzeptables Verhalten ist und was nicht. Sperren Sie ihn in eine Box, wenn Sie nicht da sind, um ihn zu beaufsichtigen, vor allem während seiner neugierigen Welpenzeit. Wenn es um das Training geht, vertritt der Irish Terrier die Einstellung, und was habe ich davon? Sie müssen ihm einen Anreiz geben, das zu tun, was Sie wollen. Wenn Sie das Training nicht unterhaltsam und interessant gestalten, wird er Sie einfach ignorieren. Die Ausbildung eines Irish Terriers erfordert Kreativität, Entschlossenheit und positive Verstärkung in Form von Lob, Spiel und Futterbelohnung. Er ist sensibel und reagiert nicht gut auf harte Behandlung. Halten Sie die Trainingseinheiten kurz, wechseln Sie sie häufig ab und beenden Sie sie immer dann, wenn er etwas gut gemacht hat und Sie ihn dafür loben können. Fellfarbe und Pflege Der Irish Terrier ist mit dichtem, drahtigem Haar ummantelt. Die Haare wachsen so dicht zusammen, dass selbst wenn man sie mit den Fingern teilt, die Haut kaum zu sehen ist. Es ist kurz genug, dass man noch die Umrisse des Körpers erkennen kann. Unter dem steifen Deckhaar befindet sich feineres und weicheres Haar, das heller ist und die Unterwolle darstellt. Das doppelte Fell schützt den Irish Terrier vor rauem Gestrüpp und kaltem oder nassem Wetter, wenn er im Freien arbeitet oder spielt. Sein Fell ist leuchtend rot, goldrot, rotweizenfarben oder weizenfarben, blassgelb oder rehbraun. Er kann einen kleinen weißen Fleck auf der Brust haben. Welpen haben bei der Geburt manchmal schwarze Haare, die verschwinden sollten, bevor sie ausgewachsen sind. Bürsten Sie das Fell wöchentlich mit einer Naturborstenbürste, um es sauber und gesund zu halten. Sie müssen es ein paar Mal im Jahr von Hand enthaaren, wenn Sie die harte Textur und die leuchtende Farbe erhalten wollen. Dies ist ein Muss, wenn Sie Ihren Irish Terrier ausstellen wollen. Bei Begleithunden ist es oft einfacher, das Fell zu scheren, aber beachten Sie, dass es sich dann weicher anfühlt und eine hellere Farbe hat. Das kann Ihnen egal sein, muss es aber nicht. Wenn Sie es scheren wollen, lassen Sie sich vom Züchter zeigen, wie das geht. Wenn Ihnen das ungepflegte Aussehen nichts ausmacht, können Sie das Fell einfach so lassen, wie es ist ohne es zu scheren oder zu stutzen. Irish Terrier haren wenig und werden manchmal als nicht Allergen oder Hypoallergen bezeichnet. Es gibt keine Rasse, die wirklich allergenfrei ist. Jeder Hund produziert einige Allergene durch Hautschuppen, Speichel und Urin, jedoch nicht durch Haare. Manche Menschen mit Allergien können diese Rasse tolerieren. Einzelne Hunde, selbst innerhalb einer Rasse, produzieren unterschiedlich viele Allergene. Am besten ist es also, wenn Sie so viele Irish Terrier wie möglich kennenlernen, um zu sehen, wie Sie auf sie reagieren. Zu den weiteren Erfordernissen der Fellpflege gehören die Zahnpflege und die Nagelpflege. Putzen Sie die Zähne Ihres Irish Terriers mindestens zwei bis dreimal pro Woche, um Zahnstein und die damit verbundenen Bakterien zu entfernen. Täglich ist besser Schneiden Sie seine Nägel je nach Bedarf ein bis zweimal im Monat. Wenn Sie die Nägel auf dem Boden knirschen hören, sind sie zu lang. Kurze Nägel halten die Pfoten in gutem Zustand, verfangen sich nicht im Teppich und reißen nicht, und sie zerkratzen auch nicht ihre Beine, wenn Ihr Irish Terrier begeistert aufspringt, um sie zu begrüßen. Die Ohren Ihres Irish Terrier-Welpen müssen möglicherweise trainiert werden, um die perfekt gefalteten v-förmigen Ohren zu erhalten, die zum schelmischen Auftreten des Irish Terriers beitragen. Dazu werden die Ohren an den Kopf geklebt und mit Klebeband fixiert, bis sie richtig liegen, normalerweise im Alter von vier bis acht Monaten. Wenn es nötig ist, kann der Züchter Ihres Hundes Ihnen zeigen, wie das geht. Kinder und andere Haustiere Ihre Größe und Energie machen Sie zu großartigen Begleitern für aktive Kinder. Aber wie immer sollten beide beaufsichtigt werden, besonders wenn die Kinder noch sehr klein sind. Bringen Sie Ihrem Welpen bei, nicht grob oder bissig zu sein und lehren Sie Ihr Kind, nicht am Schwanz oder den Ohren des Hundes zu ziehen oder ihn zu schlagen. Kinder sollten sich niemals einem Hund nähern, während er schläft oder frisst und auch nicht versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Kein Hund sollte jemals mit einem Kind unbeaufsichtigt gelassen werden. Irish Terrier mögen keine fremden Hunde und können gegenüber anderen Hunden desselben Geschlechts aggressiv sein. Eine frühzeitige Sozialisierung mit vielen anderen Hunden und eine strenge Führung ihrerseits können viel dazu beitragen, die Aggression eines Irish Terriers gegenüber Hunden abzubauen, sind aber keine Garantie dafür, dass Sie aus ihm einen Hund machen, der mit anderen Hunden befreundet ist. Wenn Sie einen Irish Terrier haben, kann er lernen, sich mit Katzen zu vertragen. Frühe Sozialisierung ist der Schlüssel. Beaufsichtigen Sie immer Ihre Interaktionen und trennen Sie sie gegebenenfalls, wenn Sie nicht zu Hause sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!